Mein Name ist Dr. Werner Voss. Ich bin Facharzt für Dermatologie, Venerologie, Phlebiologie, Allergologie und Umweltmedizin. Ich habe vor über 40 Jahren das Institut Dermatest gegründet. Die Dermatest GmbH untersucht Kosmetika und Geräte für die kosmetischen Anwendungen auf die Verträglichkeit und auf die Wirksamkeit. Wir haben mittlerweile über 70 Mitarbeiter und testen Dinge nach zertifizierten und akkreditierten Richtlinien. Unsere Kunden schätzen unsere Unabhängigkeit und schätzen unser wissenschaftliches Know-how. Im Rahmen unserer Prüffähigkeit haben wir auch das ZeitGuard Pro Gerät geprüft und getestet auf Wirksamkeit und auf Verträglichkeit. Und dieses ZeitGuard Pro Gerät hat ja viel mehr Möglichkeiten durch die vier verschiedenen Aufsätze, die es gibt. Und die Funktionsweise, die kosmetischen Anwendungen sind dadurch wesentlich erweitert worden. Die Hautreinigung mit dieser Bürste ist etwa zehnfach besser wie die normale Hautreinigung. Sie ist schonend und sie ist hygienisch mit entsprechenden Silberapplikationen einwandfrei. Schön an dem neuen Gerät ist, dass Sie die Aufsätze einverwechseln können. Und jetzt kommen wir mal zum Peeling-Aufsatz, den wir hier einfach einklicken können. Und dieser Peeling-Aufsatz erlaubt es mit Ultraschall, die Haut schonend zu reinigen, aber effektiv zu reinigen. Es ist so, dass die White Hates und Black Hates, wie man sie nennt, die kleinen Talgpfropfen der Haut effektiv entfernt werden, dass die Haut tief gereinigt wird damit. Dies ist auch interessant bei problematischer Haut, bei Patienten, die etwa unter Pickeln leiden oder ansonsten unreine Haut haben, die immer wieder zu Entzündungen führt. Insofern ist diese Hautreinigung wichtig, auch für den anti-entzündigen Zustand der Haut. Sollte man zweimal in der Woche anwenden. Diesen Peeling-Aufsatz entfernen Sie ganz einfach mit Knopfdruck und setzen dann beispielsweise den Smoothing-Aufsatz da drauf. Dieser arbeitet mit Ultraschall und sorgt dafür, dass Präparate von außen in die Haut gearbeitet werden können und in tiefere Hautschichten kommen. Wenn Sie das Gerät einschalten, merken Sie erst mal gar nichts. Aber wenn Sie beispielsweise etwas Flüssigkeit auf den Aufsatz geben, merken Sie, dass der Ultraschall diese Flüssigkeit extrem bewirkt, aber zusätzlich noch mit Vibrationen. Er ist dafür ausgelegt, dass man tiefere Bereiche der Haut erreicht und die Elastizität und die Festigkeit der Haut verbessert wird. Wir haben alle Aufsätze in wochenlangen, ja monatelangen Untersuchungen getestet und geprüft. Und wir konnten alle Effekte, über die ich gerade besprochen habe, wissenschaftlich beweisen. Wir waren sehr erstaunt über den Effekt des Body-Aufsatzes. Der hatte in seiner Wirksamkeit noch einen größeren Effekt, als wir geglaubt haben. Aber die Wirksamkeit aller Aufsätze muss man als hervorragend bezeichnen und deshalb kann man das Produkt aus hautärztlicher Sicht und aus kosmetologischer Sicht einfach nur empfehlen. Vielen Dank. Vielen Dank.